Hallo liebe Grillsichtigen, heute schauen wir uns mal an, was sich hinter dieser schönen Kartonage verbirgt. Bleibt dran! Wir waren schon mal fleißig und wollten euch nicht langweilen mit einem Unboxing-Video. Deswegen habe ich ihn hier schon ausgepackt. Siehe da, was haben wir versteckt? Der Ufhör-Tablo-Tischgrill. Endlich Holzkohlegrillen auf dem Tisch. Gibt es schon ein Weilchen, aber wir haben jetzt endlich mal Zeit, unser Video zu drehen. Was hat dieses Paket alles dabei? Zum einen ist inklusive der Anzüngenkamin ein Starterpaket an Kokosgrillbriketts. Das Tool, um eine Platte abzunehmen und auch die Luft zu verstellen. Die Grillplatte ist doppelseitig verwendbar. Eine Seite glatt, eine Seite geriffelt. Innen drin haben wir ein Kohleross und eben die Schale, die man verstellen kann, um hier die Luftzufuhr zu regeln für mehr oder weniger Leistung am Tableau. Damit der Tisch nicht beschädigt wird, steht das Ganze auf einer entsprechenden Kunststoffplatte. Jetzt denken sicherlich viele, wenn ich jetzt den Grill anzünden möchte und möchte nur auf dem Tisch grillen, wohin denn mit dem Anzüngenkamin? Ganz einfach, Starter hier reinlegen, aufsetzen, Kohle durchziehen lassen, Kohle einfüllen, Platte auflegen, natürlich mit dem Tool und losgrillen. Und schon haben wir das Grillfondue für den Sommer für draußen. Leider nicht für drinnen im Winter geeignet. Sonst wäre das jetzt zu Weihnachten sicherlich ein neuer Trend. Das war es jetzt schon an der Stelle, was den Tableau betrifft. Aber es gibt auch noch zwei nette Zubehör-Tools. Zum einen eine Unterlage aus Leder, die unter den Tableau gelegt werden kann, falls man einen empfindlichen Tisch hat. Und zum anderen gibt es ein Topfset und ein Grillrost quasi. Man kann dieses Teil aufsetzen. Dann haben wir hier noch ein Grillrost, um auch direkt auf der Flamme grillen zu können. Und ein passendes Töpfchen, um nochmal mehr Fläche zu generieren. Und zum Putzen oder zum Ausschaben oder wieder beim Fondue, entsprechende Holzschaber sind auch vier Stück in diesem Set enthalten. Dieses ganze Set macht das schöne Tableau-Erlebnis nochmal schöner. Da immer wieder die Frage kommt, für wie viele Personen sowas geeignet ist, würden wir jetzt sagen, von der Fläche her, damit man gemütlich, ohne Stress gemeinsam essen kann, können gut vier Erwachsene gleichzeitig daran arbeiten. Kann man auch schön am Tisch verteilen. Wenn man öfters mit mehr Leuten das Ganze startet oder vielleicht eine Gastronomie damit ausstatten möchte, so als Idee, dann bräuchte man natürlich mehrere Tableaus. Da hätten wir auch nichts dagegen. Und schon wieder sind wir am Ende eines kurzen Videos unserer Produktvorstellung für den O für Tableau. Wie immer alle Infos in der Infobox. Ein wohlwollendes Kommentar dürft ihr uns gerne hinterlassen und noch mehr freuen wir uns über ein Abo. Also bis bald, euer Grillzentrum. Das sind Ihr auch. Das sind ja er nutritious. Może comunque weiter drin. выгляд. Wie immer... Das ist ja, ich rede. Und den seien ein Hammer vomMR Crear, den Fall superer. Und das ist ja, das ist ja ungefähr natürlich irgendwie das filmmaker.